Es ist mühsam aktuell, zumindest mal aus bullischer Sicht der Vortrieb ganz schön mühsam nach oben. Naja, was erzähle ich euch, nach unten allerdings auch noch nicht wirklich vorgetrieben, wenn wir hier uns den DAX mal angucken. Also, der DAX im 4-Stunden-Chart machen wir ihn ein bisschen größer, damit es ein bisschen deutlicher wird hier. Seit Tagen, was erzähle ich, seit Wochen, seit Mitte April, mehr oder weniger eiert er hier in dieser Range hier zur Seite rum. Er sollte doch noch mal gerne runterkommen. Also, meine Box kann ich gerade mal tapfer verlängern. Die bezieht sich eher auf die Höhe als auf die Zeit. Also, insofern rückwirkend wird der Rücksetzer wohl nicht mehr kommen. Also, von jetzt an gehen. Aber immer noch eigentlich abzufrühstücken, dieses Niveau müsste er eigentlich. Aber was heißt schon müsste an der Börse? Wahrscheinlich ist es, aber wir haben alle gelernt, Wahrscheinlichkeiten alleine sind noch kein Beweis, dass etwas auch zwingend passiert. Also, ich gehe nach wie vor davon aus, zumal der Rücksetzer im Moment, der der Antrieb nach oben aktuell ja doch relativ harmlos aussieht, man wirklich nicht den Eindruck hat, dass die Marktteilnehmer ihn wollen. Allerdings, wenn es noch lange dauert, wenn er noch lange hier rumeiert, wird man sagen, naja gut, wir haben unsere Korrektur halt wirklich zur Seite gemacht. Eine reine Seitwärtskorrektur. Na, so richtig schön sieht es nicht aus. Aber Verkaufsdruck sehe ich im Moment tatsächlich beim DAX nicht. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal im kürzerfristigen Chart an. 15 Minuten. Ne, da gehen wir mal richtig auf den FDAX in den 5 Minuten Chart. Und dann sehen wir zumindest mal jetzt heute Nachmittag ist doch deutlich mal eine Abwärtsbewegung zu sehen. Ihr seht allerdings im Gesamtkontext, naja, wen juckt es? Da geht es halt mal ein bisschen nach unten. Das ist noch nicht wirklich Drama. Ihr wisst, ich bin eigentlich übergeordnet nach wie vor Bullish. Das wäre auch mit diesem Rücksetzer nicht anders. Ich mache ihn nochmal im Future hier offen. Das sind dann etwas andere Werte als beim Index. Aber ihr habt ja diese Zwischentiefs als Orientierung. 4. Mai hier beispielsweise, dann der 5. April. Und ganz wichtig, naja, was halt ganz wichtig, aber zumindest mal sehr augenfällig wäre ein Unterschreiten der 22. März Marke. Beim Future also ungefähr bei 15.464. Ich glaube beim DAX waren das 300. Stimmt das? Schon wieder alles vergessen. 15.300 beim DAX. Ja, je nachdem, was ihr da im Fokus habt, welche Instrumente ihr dafür handeln wollt, solltet ihr das entsprechend übertragen auf die Instrumente, die da für euch relevant sind. Na gut, also Rücksetzer wäre nicht von der Hand zu weisen, allerdings so richtig Druck. Große Liebe nach unten scheint es aktuell nicht zu geben. Ihr seht, dass auch das, was wir hier nach unten haben, wir sind ja schon in der Abwärtsbewegung, wenn auch in einer zugegebenen sehr harmlosen, naja, in einer sehr korrektiven Bewegungsrichtung. Also ich mag kaum von Shorts reden aktuell, also soll man da jetzt ein Short eröffnen noch, nur weil er in die Box da theoretisch nochmal rein sollte. Naja, in dem Fall könnt ihr es ja auch so halten, dass ihr sagt, wenn wir hier schon eine starke Richtung haben, die war ja relativ stark, dass ihr sollte es Korrektivbewegungen nach oben geben. Ob die kommen, weiß ich nicht, aber wenn es welche gibt, dass ihr euch vorläufig nach unten orientiert. Ihr kennt, dass ich daraus auch durchaus gerne einen Handelsansatz mache. Also ihr wisst, wenn ihr eine starke Bewegung habt, eine dreiwellige Bewegung und das hier entsprechend nach oben. Jetzt müssen wir aber damit konstatieren, dass das ja nicht die erste Abwärtsbewegung ist, sondern der Kurs ja von oben war. Und wer jetzt verwirrt ist und sagt, wieso, das ist ja auch nicht die erste Tiefmarke. Doch, wenn ich das hier, das müssen wir noch einmal ganz kurz genau beschreiben, wenn wir das hier als die maßgebliche Anstiegsbewegung sehen, kam der Kurs von oben, denn dieses Hoch ist niedriger als das. Die Situation haben wir hier nicht. Wenn ich also das als das maßgebliche hier angucke, dann war der Punkt höher als das. Also insofern wären das hier irgendwelche Korrekturwellen. Insofern wage ich hier jetzt nicht, einen klaren Handelsansatz rauszulegen. Also für uns jetzt zumindest nicht, macht ihr, was ihr wollt. Aber für uns nicht. Ist das nicht unser klassisches Szenario, was wir gerne umsetzen. Deshalb würde ich solche Bewegungen eher als einen Filter nehmen und sagen, naja, alles, was mir jetzt Short-Signale liefert, ist mir lieber als die Long-Seite. Denn es geht ja nur sehr korrektiv nach oben, dann wäre das eigentlich ganz passend. Und umgekehrt würden wir dann doch vielleicht so eine Bewegung sehen in der nächsten Zeit und es käme dann so runter. Dann würde ich sagen, naja, gut, das allerdings böte mir dann Long-Signale. Aber dafür müssen wir noch ein paar Hausaufgaben machen. Sprich erst steil noch ein bisschen nach oben und anschließend wackele ich nach unten. Und dann wäre das tatsächlich auch ein konkretes Long-Signal. Wenn ich in der Lage bin, es zeitnah hinzukriegen, zufällig Video-Zeit ist oder ich eben Screenshots über One4Trading verschicken kann, dann will ich das sehr, sehr gerne tun. Ansonsten achtet selber auf dieses Szenario, je nachdem, welche Uhrzeit das ist. Wenn ihr gerade am Rechner seid und ihr das nachvollziehen könnt, ist das vielleicht etwas, was ihr für euch in Erwägung ziehen wollt. So, blicken wir nach Amerika. Gucken wir ganz kurz auf den Dow Jones 4-Stunden-Chart. Dann hatte ich mir das eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, nämlich, dass wir durchaus noch mal ein bisschen höher gehen und dann da runter. Aber runter war das Thema eigentlich. Und das macht er ja offensichtlich. Also ihr seht, dass hier noch irgendwie da runter müsste er irgendwie so diese Geschichte im Groben. Da hinten ist es ganz schön ausgefranst. Aber da sollten wir dann jetzt auch nicht stinkig sein, wenn er schon das macht, was typisch ist. Dann macht er es halt auf eine hässliche Art und Weise. Na gut, das würde allerdings für Entspannung sorgen. Kommen wir da rein in diese blaue Zone, sage ich jetzt mal, die ich gezeichnet habe, wer es nicht erkennen kann, circa 33.000. Ich vermute allerdings etwas tiefer. Ich würde sagen 32.700. Warum das jetzt? Was hat die da oben schon eingezeichnet? Ja, aber dann hätten wir wenigstens so ein bisschen dieses Symmetrie-Szenario. Also wenn ich das jetzt hier an diesen Zwischenruhe, ich mache nochmal diese blaue Linie weg, sonst flippt ihr ja aus vor lauter Linien. Also Märkte mögen durchaus Symmetrie. Das ist nicht immer gleich, aber es ist eine Orientierungshilfe. Also wenn das da vorne so ist, dann da hinten nochmal, dann kommen wir eher auf die Unterseite dieser blauen Kiste an. Ja, also nicht jetzt zwangsweise gleicher Winkel, aber kommen wir da unten eher an. Insgesamt gilt aber nach wie vor die blaue Kiste. Bis dahin finde ich es ganz normal, ganz typisch. Ich fände es aber auch schön, wenn ihr in der Nähe der blauen Kiste, gerne in der blauen Kiste, von mir aus auch noch knapp drunter, aber idealerweise nicht viel tiefer, als da drunter dann sein Tief findet. Also insofern, ihr seht, ich bin da schon eigentlich in Startlöchern für Longs. Ist aber noch zu früh, muss ja noch da in die Kiste rein. Da wir hier im 4-Stunden-Chart sind und ich davon ausgehe, es wird noch mehrere 4 Stunden sein, werden wir uns bis dahin sicherlich nochmal unterhalten, vielleicht erst gegen Ende der Woche, vielleicht auch erst Anfang nächster Woche, dass das dann die echten Longszenarien sind. Aktuell halte ich mich da noch eher bedeckt. Jetzt noch Short gehen? Naja, wenn, dann nicht auf dieser Zeitebene, denn das ist ja korrektiv nach unten und das Potenzial begrenzt. Da finde ich Shorts auf dieser Zeitebene nicht so gut. Auf einer kleineren Zeitebene fände ich es immer dann super, wenn es schön sauber ist. Aber ihr seht, dass der Markt auch hier sehr ausgefranst ist, gegen Bewegung, gegen Bewegung, gegen, alle überschneidend. Ja, es geht runter, aber dann sieht halt alles doof aus. Das sieht alles nicht stark, nicht einheitlich aus. Kann das sein? Naja, sehen wir ja, dass es sein kann. Aber was der Hintergedanke, das zeigt, dass die Marktteilnehmer zerrissen sind, dass man auch nicht eine klare Meinung hat, eine klare Idee hat, was man machen soll. Also die Masse der Marktteilnehmer offensichtlich nicht, denn sonst würden sie einheitlicher hier agieren. Wir sehen, dass wir immer wieder gegen Bewegung, immer wieder dagegen stoßen. Das heißt, dieses hier sieht sehr korrektiv aus. Auch hier sieht das sehr korrektiv aus. Meine Mutmaßung, my best guess, würde man unter Umständen sagen, ist, naja, wir arbeiten uns jetzt noch darunter in diese Kiste, die eben relativ typisch ist, und warten dann, dass es von dort aus irgendeinen Grund gibt, warum man dann sagt, ach komm, lass uns wieder kaufen. Ich kann mir vorstellen, das wird passieren. Man scheint darauf hinzuarbeiten. Das ist ja häufig der Widerstreit. Ich hatte es in einem der letzten Videos. Übrigens, lieben Dank für euer tolles, tolles Feedback zu meinem Video von gestern, wo ich mich mal ein bisschen vorgestellt habe und wie Trader eigentlich agieren. Wenn ihr es verpasst habt, schaut es euch gerne nochmal an. Ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen ist das eigenartig, wie jetzt das. Das machen Trader eigentlich. Naja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es eben, wie gesagt, gerne. So, aber zurück zu diesem Bild hier. Es wäre eigentlich ganz typisch, dass der Markt da eben runtergeht und die Marktteilnehmer werden dann nach Gründen suchen, wo man sagt, boah, so schlecht ist die Welt doch gar nicht, können wir da nicht wieder kaufen. Das würde übrigens witzigerweise mit dem Momentum dann wahrscheinlich auch so halbwegs passen. Lass den doch dann nochmal ein bisschen Zeit verlieren, ein bisschen Höhe verlieren. Und dann sind wir nämlich auch ruckzuck hier wieder auf der Unterseite. Auch der Indikator ist jetzt nicht, dass man sagen kann, hier, der hat es gesagt, der macht es. Aber es sind alles kleine Indizien. Die Marktteilnehmer, die auf solche Indizien achten, überlegen lassen, naja, wenn jetzt eine gute Nachricht käme, würde ich wieder kaufen. Also da ist schon immer das Feedback auch aus der Real-Nachrichtenlage. Also die Chart-Techniker sind da nicht und sagen, nee, blöde Nachricht, ich kaufe trotzdem. Also sie machen es, wie die Marktteilnehmer es eben machen. Und alles deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer so halbwegs jetzt noch ein bisschen Zeit tot schlagen und dann irgendwann, wenn es dann da unten ist, nach einem guten Argument suchen. Ich habe es immer gewusst, jetzt wollte ich nochmal kaufen. Also ihr seht, bärisch bin ich nicht. Also ich bin Teilzeitbär jetzt für die Abwertseite aktuell. Erst wenn wir hier deutlich runtergehen, also augenfällig wird das hier bei der 78er Marke, die ist zwar kein Beweis, aber schon ein deutlicher Hinweis, dass die Luft doch stärker dick ist, als man sich das idealerweise wünscht. 32.236 wäre der entsprechende Killer eigentlich für die Longseite. Das stimmt jetzt nicht, dass es wirklich ein Killer ist, aber für uns ist das eine relevante Marke. Irgendwo muss man sie ja nennen. Und damit wir nicht jedes Mal rumraten müssen, haben wir gesagt, das ist immer die 78er Fibonacci Marke. Dann haben wir das einigermaßen klar strukturiert. Ihr wisst das, wir brauchen immer Struktur. Ihr könnt euch das natürlich ein bisschen anders einteilen. Ihr müsst das nicht so hardcore machen, wie wir das machen. Allerdings muss ich sagen, ich finde das grundsätzlich nicht schlecht, denn damit ist die Emission aus dem eigenen Handel auch draußen. Ähnlich zerrüttet geht es wohl auch beim S&P aktuell zu. Wir sehen, dass wir hier im 5-Minuten-Chart Abwärtsbewegung haben, aber schaut mal, das ist keine schöne Struktur. Das sieht genau korrektiv aus, also genau wie ich es nicht gerne hätte, wenn es ein schöner Chart werden soll. Also so richtig abwärts ist kein Druck da für die Abwärtsseite. Wir haben zwar den Druck nach oben verloren. Wir sehen, dass die Marktteilnehmer in beide Richtungen irgendwie ambivalent sind. Man will nicht mehr kaufen. Das sehen wir ganz deutlich, wenn wir uns die letzten Tage angucken. Ich nehme mal hier so ein bisschen mittelwertmäßig. Seit Anfang April eiern wir eigentlich nur zur Seite hier. Man traut sich nicht so richtig, irgendwie was zu tun. Und entsprechend leidenschaftslos geht es dann eben hier auch aktuell zur Seite. Eigentlich ist es häufig so, dass wir wenigstens auf kleineren Ebenen dann noch irgendwelche scharfen oder tollen Bewegungen dann mal haben. Aber selbst das haben wir hier ja aktuell irgendwie nicht. Also so richtig Glück bringt, ist das Ganze hier nicht. Da kann man eigentlich fast nur sagen, mal abwarten. Hier, das sah mal relativ deutlich aus mit Schub hoch A, B, C. Das ist ja mal so gerne etwas, was ich gerne habe. Also falls ihr es auf eigene Faust gesehen habt, ihr wisst ja ungefähr scharfe Bewegungsrichtung, Gegenbewegung. Er sollte irgendwie 38, 50, 61, 8 zurück. Also die von mir immer genannte blaue Kiste irgendwo da rein und dann A, B, C. Dann wäre das ein Trigger. Also wenn ich am 15. Mai nicht mein doofes Video, naja gut, es wäre in Nachthandel, dann hättet ihr wahrscheinlich eh nicht so das große Interesse gehabt, Nachts um halb vier zu sehen, dass ihr getriggert werdet. Aber zum Üben fürs Auge ist das eben etwas, was ich sehr schick finde. Und genau das finde ich hier aktuell nicht. Und dementsprechend kann man eigentlich nur sagen, dann lass es halt sein. Das ist dann nur ein Groschengrab. Das war es heute schon ein bisschen für den Nasdaq. Da hatte ich vorhin schon eine Trading-Idee rausgegeben, die durchschnittlich ein gutes Ergebnis abwirft, aber nicht bei jedem Trade. Und ihr erahnt es schon, diese Wackeleien, die wir hier aktuell haben, die sind natürlich da nicht unbedingt förderlich. Also auch beim Nasdaq. Der strebt aber im Gegensatz zu den anderen Indizes immerhin noch nach oben. Da ist vielleicht für den einen oder anderen so die Hoffnung, ja, wenn dann doch die Zinsen so langsam, aber sicher mal gesenkt werden. Also mindestens nicht weiter steigen, sondern sogar vielleicht nach unten gehen. Das ist doch Teil für die Technikwerte, mag der ein oder andere denken. Das mag durchaus so sein. Und natürlich auch ein bisschen getrieben, das dürfen wir nicht vergessen, von der Euphorie, die der ein oder andere jetzt aktuell hat, von den ganzen KI. Und Mensch, da ist eine große Zukunft. Und die sehe ich tatsächlich auch. Also ich sage mal so, wenn die Nasdaq-Titel nicht steigen, dann weiß ich es auch nicht. Also entsprechend sollte auch der Nasdaq 100 hier irgendwann mal nach oben gehen. Er macht es ja auch aktuell. Allerdings ist die Frage, ob das jetzt so ein richtig schöner Zeitpunkt ist. Na gut, das wird man im Nachhinein dann sehen. Aber mich überzeugt diese Art des Anstiegs noch nicht so sehr, weshalb ich da aktuell zurück bin. Ich mag völlig falsch liegen, ich weiß es auch nicht. Aber wenn es so aussieht, sind wir typischerweise nicht super erpicht, da jetzt massiv reinzugehen, in der Hoffnung, das wird was. Also wenn wir noch mal irgendwie kleinere Trades sehen, die wir mal mitnehmen können, super, super gerne. Ihr erahnt es, ich hatte euch hier vorhin eine Sache ja mal rausgeschickt. Ihr habt es gesehen im Trade des Tages, beziehungsweise im Telegram habe ich es geschickt. Wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr aber nicht super glücklich mit mir. Hier gibt es jetzt den nächsten schon, der wäre auf Tagesebene. Den haben wir allerdings aktuell zumindest mal nicht im Trade des Tages hier genannt. Also insofern, naja, die nächste Hoffnung ist da, dass der Kurs hier noch einigermaßen nach oben geht. Ich zeige euch mal die Levels. Wer das hier schon regelmäßig verfolgt, der sieht dann schon ungefähr, wie er da aktiv werden muss. Es sind die gleichen Marken wie immer. Also die Preise sind natürlich anders. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, wie. Nein, nein, die Preise sind natürlich auch die Geschichte. Falls ihr es für euch noch mal euch angucken wollt, dann könnt ihr diesen Trade ja noch mal nehmen. Ich steige allerdings ja nicht zu diesem Zeitpunkt hier ein, hier, sondern wenn ich es verpasst habe, was typischerweise nicht passiert, wenn einer von unseren Tradern das im Blick hat. Aber nehmen wir mal, ich habe es verpasst, weil ich privat unterwegs bin, also weil ich privater Händler wäre und ich komme nicht dazu. Man hat dann als Privat ja auch noch mal andere Aufgaben. Dann würde ich jetzt warten, bis der Kurs noch mal runterkommt in diesen grünen Bereich hier, um mir die Einstiege entsprechend dieser Stop-Limit-Seite hier zu geben. Naja, schaut es euch einfach mal an. Wenn ihr zu diesen Infos mehr haben wollt, guckt ihr auch mal in meinem YouTube-Kanal. Da habe ich das beschrieben, wie man die Dinger noch mal liest. Falls ihr es nicht mehr präsent habt, könnt ihr da entsprechend auch noch mal gucken. Naja, gut. Also ihr seht, so richtig begeistert bin ich aktuell nicht. Ein bisschen zurückhaltend. Das liegt an der Uneinheitlichkeit des Marktes. Keine schönen Bilder. Gibt es halt auch manchmal. Und wenn es hässlich ist, dann besser nicht. Jetzt hätte ich fast gesagt, also ich sage es jetzt rein börsentechnisch, wenn es hässlich aussieht, nicht reingehen. Wie ihr das jetzt auch immer sehen wollt. In diesem Sinne, 5 Euro in die Schuvi-Kasse. Nein, es geht tatsächlich um die Börse. Also mir geht es so, wenn es hier in der Situation uneinheitlich, ungut aussieht, nicht irgendwie attraktiv, nicht schön, dann ist es nichts für mich. Dann halte ich mich da auch gerne mal ein Stückchen zurück. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße.